Hey Leute und herzlich willkommen zu Fabis Frohe Vorweihnacht 2012 Folge 14. 14 geteilt durch 2 ist 7 und 7 mal 3 ist gleich 21, das heißt in einer Woche geht die Welt unter. Doch das hätten wir auch ohne diese Rechnung gewusst. Zeit für die Tür. Gut, das war etwas energisch, aber was soll's. Boah, super, ne brennende Kiste. Und brennende Kisten sind ja genauso wie Lagerfeuer. Und am Lagerfeuer erzählt man sich Geschichten. Also ist hier eine. Folgendes beruht auf einer wahren Begebenheit. Vor gar nicht allzu langer Zeit erwartete der Vater von Markus ein Paket. Und so begab es sich, dass er an seinem Computer saß. Plötzlich erhielt er eine E-Mail und öffnete diese. In ihr war zu lesen, dass das Paket sich verspäten würde. Zudem war ein Link beigefügt. Markus' Vater klickte also auf diesen Link. In dieser Sekunde fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Woher hat die Post meine E-Mail-Adresse? Und im nächsten Moment wurden tausende von Viren auf seinen Computer heruntergeladen. Ende. Ich hoffe einfach mal an dieser Stelle, dass mir weder Markus noch sein Vater böse sein werden. Denn als ich diese Geschichte gehört habe, dachte ich mir... Es ist einfach zu lustig. Und ich wollte sie deswegen mit euch teilen. Also Leute, ich hoffe ihr schaltet auch morgen wieder ein. Macht's gut, euer Fabi von Legostein13. Leut von Legostein13 Untertitelung des ZDF, 2020